Guten Morgen, Montagmorgen. Willkommen zu dieser neuen Folge. Sorry, am Montagmorgen. Jetzt nach sechs, bin gerade am Umsatteln, hab's abgemacht, hochdruck, ähm, gerade am Umsatteln, hängt meinen 3-Achser, sattel ich auf. So, da ist er wieder, erste Amtshandlung, Akku leer, Akku getauscht. Wie gesagt, ich sattel meinen 3-Achser auf, die Achszahl ändern, bevor ich es wieder vergesse. Dann, äh, fahr ich rüber nach Weilerbach ins Hospital. Da steht unsere Longreach. Die 60 einfach nur um, und dann komme ich wieder hierher auf den Hof. Und lade unsere Planierraufe, die 736, an der wo fahr ich rum. Ich bin in Weilerbach drin, ich weiß noch nicht, wo der Baguette steht. Ich fahr hier mal durch die Gegend. Ich fahr hier mal durch die Gegend, irgendwo. Ich fahr hier mal durch die Gegend, irgendwo. Bitte laufend, nimm ich an. Da vorne steht die Plattengeraupe. Einer da so, mal gucken, wo ich hier rumfahre. So, hier abhängen. Da ist die Kamera hier drin. So. So. Ah, ja. Weit, aber ich ziehe den Rammens aus. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die laden wir auf, wie gesagt, nach Wiesbaden runter. So, ich hoffe, dass nicht nur meine Dickwurzel im Bild ist. Und der Rüse. So, wir gucken, muss ich wieder drehen. Und der Rüse. Und der Rüse. Das Gute ist hier drin, wir haben eine Kamera. Und der Rüse. Und der Rüse. So, wir können Schuh daraus reiten. Und der Rüse. 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 So, weissen. So. oh ok jetzt muss ich drauf fahren brauche ich dann meine Ketten dran und dann fahren wir nach Wiesbaden runter und dann gucken wie es abladen klappt und dann gucken wie es abladen klappt 2 2 2 3 4 4 4 5 5 Bis zum nächsten Mal. 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 Zwei, drei Stück Holz hätte ich schon dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh! Ah, ja. Ich schaue die Knie 1. 2. 3. 4. 5. 5. 11. 11. 11. 11. 12. 12. ein dickes Mordi-Jugendpark 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 Spannungsgelpar Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist alles heil, wobei das ist so eine Betonstraße. Ich glaube auf der Straße wäre eh nichts passiert. Das sieht auch alles gut aus. Hier hat es zwei, drei Ecke gegeben. Und hier der Brotstein. Hier und hier. Alles halb so viel. Die Sparke, der nicht. Not bows. Die Sparke, der nicht. Das ist die Sparke! Die Sparke. Die Sparke. Das ist etwasily. Der nicht, wie eine Sparke. Die Sparke. Ach ja, ich bin schon zu Hause auf dem Hof, habe das Fahrzeug ein bisschen gewaschen. Als ich in Wiesbrand lebe, habe ich dann erfahren, dass ich morgen runter in Richtung Bodensee fahren darf. Da war jetzt auch ein Reifenwechsel, da hat er einen Schnitt drin. Unten am Bodensee ist es nicht ganz am Bodensee, ich schätze mal so 40 Kilometer davor. 50 Kilometer, auf jeden Fall lade ich da einen Volvo-Bagger. Die Bezeichnung kann ich nicht lesen auf den Bildern, aber es soll um die 30 Tonnen liegen. Ich habe meinen Dreieckser dran, viel viel mehr darf er nicht wiegen. Dann mache ich nämlich den Gang rein und fahre nach Hause. Und lasse den Bagger stehen, sorry. Ich habe nichts mit dem Kunden zu tun, sondern einfach nur alles Thema. Wir sehen uns morgen früh. Ich fahre morgen Frühbarzeit los, um drei, circa. Meine Standheizung stelle ich mir noch ein. Bis morgen früh. Bis zum nächsten Mal.